Ne, den mache ich noch solo auf ganz normal. So, aber das funktioniert alles nicht so, wie ich es gerne hätte. Jetzt muss ich mich anlegen, denn mir tut der Rücken weh. Ja, hinlegen beim Aufnehmen und Zocken, das grenzt doch schon an Luxus, oder? Solange man noch sieht, wo man hinrennt. Jetzt will ich ihn aber mal testen. Jo? Nett. Mir fällt da gerade ein, dass ich doch eigentlich mein Tier habe. Damit würde die ganze Sache sich etwas beschleunigen. Aber nur etwas. Hm. Etwas viel, weil die Dinger sind doch dezent OP, muss ich dazu sagen. Ja, aber das mache ich dann erst, wenn ich irgendwie in die Bedrölde gerate. Ist das der letzte? Ja. Juhu, so. Es ist lustig, dass es hier Nacht ist, also... Na, nun. Hopp, hopp. Staub, du Affe! Stell ich mich eigentlich bescheuerter an, ohne Ray? Ganz ehrlich, also... Ich meine, ich habe ja jetzt schon ein bisschen mit Aisha weitergespielt gehabt und so ungefähr weiß ich, was ich zu tun habe. Aber ich wage zu bezweifeln, dass ich mich sonderlich clever anstelle. So, mehr Monster sind hier. Oh ne, nur noch eins. So, und dort ist es. Und ab durch die Tür. Tja, so muss das. Und weiter geht's. Also, ich finde das Spiel schon lustig. Allein von der Grafik her hat es mir das... Ich bin jetzt kein Grafik-Fetischist, um Gottes Willen, nein, aber... Allein von der Grafik... Ich finde es schön bunt. Und irgendwie knuffig. Ja, typisch Frau, ich weiß, aber... Ich stehe halt so auf diesen Anime-Manga-Kram. Da habe ich schon wieder so einen Trax-Spuren. Was auch immer das sein soll, ne? Aber ich werde sehen, wenn... Was es bringt, wenn ich 30 habe. So. Der da oben hat irgendwas. Hups. Oh, es juckt. Ah, da war Level 16. Vorher werde ich das Equip ein bisschen... Appen, verstärken, wie auch immer. Du wirst mich nicht töten. Eher andersrum. Oh, oh, oh. Gold. Nehme ich mit. Oh. So. Ach ja, der erste von den Viechern. Da kamen ja mehrere. Oh, da ist ein D-Science-Poro. Alter, aber der schubst die Viecher ordentlich weit weg. Ich will da nicht wieder durch. Keine Sorge. Oh. So. Zwei von drei. Fuck, falsche Richtung. Scheiße, egal. Juhu, so. So, ich werde den Brutkristall mit meinem kleinen Poru da aktivieren. Wenn ich einen Namen habe, so Leute, das ist eure Aufforderung. Schreibt mir unten in die Kommentare, wie ich das Poru nennen soll. Der Name mit den meisten Daumen nach oben, weil man kann ja auch Kommentare liken, gewinnt am Ende. Sollte es allgemein nur Vorschläge sein, werde ich es wahrscheinlich auslosen müssen. Wobei ich da noch nicht ganz weiß, wie man das macht. Da gibt es ja hier dieses komische... Alter! Zufallstool oder was auch immer. Du tust mir weh. Wie macht das, dass du wegkommst? Oh, 13k. Alter! Verrecke! Jetzt geht rauf! Geht doch! Ja, also wenn ich dann von euch einen Vorschlag habe, wie ich den kleinen nennen soll... ...werde ich mich darum kümmern. So, irgendwann besorge ich mir vielleicht nochmal ein anderes Haustier, wer weiß. Aber... ...erst mal der Poru, weil den kriegt man hier ja eh in Game. Ja, lade, lade, lade. Kann ja nicht schaden. Zack, und los geht's. Ich sollte vielleicht mal ausweichen? Wäre das eine Idee? Alter, der tut weh! Du mach, dass du wegkommst. Oh, hier liegt noch Zeugs. Alter, der tut wirklich weh. Das ist ja echt uncool. Alter! Hu, 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 hu. Du kannst... Okay. Liegt. Liegt wieder. Fuck it! Okay, weg hier. Oh, scheiße. Alter! Lade! Doch! Verdammt nochmal! Das ist gar nicht so einfach gerade! Hu, hu, hu. Geh weg! Ach, natürlich nicht getroffen. Ich kann keine Angriffe auskontern. Das ist etwas uncool. Habe ich was zum... Ja. Ach, das kann ich natürlich knicken gerade. Okay, umgeschubst. 19, 18, 17, 16... Schneller! Schneller! Okay, alleine ist das nicht so einfach! Jetzt! Ah! Muss das jetzt sein? Jetzt. Fuck it! Okay, getroffen. Ich krieg dich? Geh doch! Hab ihn! Ich glaube, ich brauche Hilfe bei den ersten Malen. Ich rutsche runter. Irgendwie bin ich gerade runtergerutscht. Rang B. Irrks. Ja, Solo ist das doch. Nicht so easy. Egal! So! Damit hätten wir auch den abgehakt. So, Vorbereitung. So, jetzt kommt Teil 2. Mäuse, Schwänze im Abwasserkanal. Auf Expert! Nicht alleine! Okay. Gut. Ähm, ja. So, der ist auf plus 6. Den möchte ich aber irgendwie mit was versehen. Was haben wir denn da? Crit-Treffer plus 32. Nehme ich. So, was hast du? Du bist auf plus 2. Dich könnte man noch up'n. Du bist auf plus 2. Dich könnte man up'n. Du bist... Äh. Was habe ich eigentlich an? Banditenoberteil. Ach so, ja. Jetzt ist die Frage. Wie viel macht das plus? 77,72. Hm. Könnte man versuchen zu up'n. Vielleicht bringt es dann mehr. Ah. So, schau mich an. Ich möchte upgraden. Auf 3. Auf 4. Ich mach aber dann doch erstmal die hier. Auf 2. Jetzt bringt sie sogar was. Auf 3. Auf 4. Oh, das ist aber... Auf 5. Okay. Der ging natürlich wieder auf 3 zurück. Das war so klar. Nein. 4. Äh. Ah, keine Rüstung. Okay. Alles klar. Passt. Ähm. Okay. Der bringt eindeutig mehr. Ja. Der macht mich immer noch schwächer. Naja. Gut. Okay. Dann lass ich die... Ach ja. Ja. Ich bin so blöd. Dafür hab ich jetzt... Äh. Egal. Das hätt ich jetzt nicht unbedingt machen müssen. Hm. Okay. Sockeln. Ja. Laufgeschwindigkeit. Oh ja gut. Okay. Nehm ich. So. Den sockeln wir auch noch. Macht Booster Dauer. Oh ja. Das ist... Okay. Ich bin wieder gelb. Was soll's. So. Ich habe ein Kettenoberteil. Banditenbeinkleid. Ah. Ich habe aber keine... Aber ich bin ja nicht doof. Item. Zerlegen. Das ist das... Ja. Da kriege ich wieder einen raus. So. Da kriege ich Material raus. Nein. Habe ich hier noch ein Plus? Noch irgendwas? Ja. Da könnte ich... Nein. 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 Schade. Na gut. Okay. Egal. Ähm. Da. Item verbessern. Da. Ah. Spannung auf 1. Aber ist auch noch nicht gesockelt. Mache ich mir da noch irgendwas drauf? So. Nochmal ein Macht Booster. Kann ja nicht schaden. Ach. Quatsch. So. So. Nicht grandios, aber... Hups. Nein. So. Jetzt habe ich es. Okay. So. Das Zeugs habe ich hauptsächlich geschenkt bekommen. So. Das ist der... Bogen. Genau, so. Alles klar. Ja, ja, tun wir. Irgendwann hat mein Zeugs rutscht. Äh, ach so, ich kann noch ein paar Sachen verkaufen im Endeffekt. Ja. Ich möchte Sachen verkaufen. Der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Ray hat gesagt, ich brauche da... Vorsicht. Level 16. Was? Ach so, der ist nur nicht identifiziert. Jetzt habe ich aber das andere gerade. Jetzt bin ich komplett gelb. Ähm, da ist jetzt aber der Machtbooster drauf und das Ding ist geabt. Und wie viel geht's denn da... Oh. Rein Magie-ATK-technisch um eine ganze Menge. Ähm. Okay, warte. Sockel ich nur und upgrade ich... später. Machtbooster-Aufladung. Das ist auch nice. So. Dann könnte ich den doch eigentlich... Ja, gut. Halb so wild. So. Okay, dann bin ich jetzt komplett gelb. Also wirklich komplett gelb. Ähm. Ja. Soll den Abwasserkanal auf... Was war das? Expert? Abwasserkanal, Expert. Mal gucken, wer da noch mit rein will. Kann ja nicht schaden. An der Zeit kann ich mal gucken, was hier in WhatsApp gespammt wird. Das ist garantiert meine Freundeskreisgruppe. Ja, aber hundertprozentig die. Über sechs Nachrichten. Meine Güte. Das ist doch. Let me Jungs. sozusagen. Vielen Dank.